Hallo und herzlich willkommen. Dieses Video ist ein kleiner Zusatz zu meinem ChangeLog 2.3.0. Ich will nämlich noch einmal ein bisschen im Detail auf die Sicht-Einstellungen eingehen. Ich zeige euch das noch einmal kurz. Ihr könnt jetzt hier im Spielleiter-Menü unter Szenen-Einstellungen die Sichtautomatisierung aktivieren oder deaktivieren. Diese arbeitet direkt mit der Dunkelheit der Szene zusammen. Ich habe hier eine Szenendunkelheit von 0,8. Das bedeutet, wenn ich die Sichtautomatisierung aktiviere, wird im Kampf, Achtung, aktuell nur im Kampf, die Dunkelheitsschwelle berücksichtigt. Ich bin über der leichten Störung von 0,5 und über der Silhouette von 0,7. Ich bin nämlich bei 0,8, aber noch vor den Schemen. Das bedeutet, ich gehe hier in einen Kampf, Würfel die Initiative, starten und greife an. Dann wird hier automatisch das Sichtverhältnis Silhouette berücksichtigt. Richtig cool ist, wenn ich zu dem Angroschirm springe, der hier Dunkelsicht 1 hat, dann wird diese automatisch berücksichtigt. Also müsste ich eigentlich, und das ist so, Sichtverhältnisse von leichten Störungen haben. Also das ist zum Beispiel richtig cool, wenn ihr mit der Sichtautomatisierung arbeitet, wird durch Dunkelsicht 1 automatisch das Sichtverhältnis um eine Stufe verringert, also die Störung, beziehungsweise bei Dunkelheit 2 dann um zwei Stufen. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt mit dem Unsichtbar auf dieser Szene nicht spielen, ich bin jetzt nämlich in einem Außenbereich, und ein Außenbereich hat in der Regel natürliches Licht, also durchs Mondlicht oder so, es herrscht keine absolute Finsternis. Deshalb sagt ihr Unsichtbar gibt es bei mir nicht. Dann gibt es hier die Möglichkeit, diesen Schieberegler auf 1,05 zu setzen. Das ist nämlich eine Einstellung, die es nicht gibt. Da kann die Dunkelheit durch euer Zeitmodul oder durch eure manuelle Einstellung hier gesetzt werden, wie ihr möchtet. Ihr werdet nie auf 1,05 kommen, weshalb die Sichtbegrenzung für Unsichtbar niemals gilt. Ich habe jetzt hier nochmal die Sicht verändert auf 1, das heißt, ich habe leichte Störungen bis Schemen. Ich greife nochmal mit ihm an, und ihr seht, er hat Silhouette wegen seiner Dunkelsicht 1. Oder aber Wadime hat Schemen durch diese drei Sichteinschränkungen. Das sind die Sichteinstellungen der Dunkelheitsverhältnisse. Das hat nichts damit zu tun, wenn ihr in einer Testszene, hier habe ich sie nochmal drauf, ich nehme sie mal raus, Ich habe nämlich in dieser Szene konfiguriert, dass es keine Sichtbeschränkungen gibt. Das heißt, die können beliebig weit gucken. Also es gibt keinen Nebel des Krieges. Die Sichteinstellungen greifen nur indirekt. Die Spieler können hier auch sehen, was hier ist. Das hat damit nichts zu tun. Die Dunkelheitseinstellungen gelten wirklich nur für das, was hier ist. Also selbst durch unbeschränkte Sichtweite und Figuren sieht aus, meinetwegen Nebelerkundung aus. Das heißt, ich kann alles sehen auf dieser Szene. Dann greifen trotzdem diese Sichteinschränkungen. Da müsst ihr euch beim Szenebauen und Anlegen so ein bisschen überlegen, ja okay, wenn ihr die Sichtautomatisierung verwenden wollt, was gilt dann, wenn ich eine Höhle habe, in der ihr sagt, okay, ich möchte mit der Foundry Sicht spielen. Sicht und Lichtreichweite. Das heißt, meine Token können nur so weit gucken, wie es ihre Sichteinstellungen im Token hergeben. Dann habt ihr nicht nur die Einschränkungen der Spieloberfläche, die ihr geltend macht, sondern auch diese Einschränkungen, die ihr dann geltend machen müsst. Habt ihr eine Szene in einer Höhle, müsst ihr in dieser Höhle auch einen Dunkelheitswert setzen, der dann die entsprechenden Sichterschwerungen berücksichtigt. Nur noch einmal zur Verdeutlichung, warum es so wichtig ist, darauf zu achten, dass nur der Dunkelheitswert berücksichtigt wird. Das als kleine Ergänzung zu meinem letzten Video. Ja, habt ihr Fragen, Anmerkungen, dann schreibt es mir in die Kommentare und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal.